Ich bedanke mich ganz herzlich bei meiner Freundin Christa Sager, die mich für dieses Ice Bucket Challenge nominiert hat und ich bedanke mich auch bei Jessica Schamer, die die Bereitschaft hat, mir mal eine richtig kalte Dusche zu verpassen. Meinerseits nominiere ich den Sozialdezernenten der Stadt Hildesheim, Dirk Schröder, die Umwelt- und Bauernministerin aus Hessen, meine Freundin Priska Hinz und meine Kollegin Beate Müller-Gemmeke. Und natürlich werde ich auch spenden, denn das ist ja der Sinn der ganzen Angelegenheit. Oh Berlin, ich wüsste, dass das für eine gute Sache ist!